Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf Kick-Off zum nächsten Video und heute geht es weiter mit der nächsten Folge von 5 Transfers für und das spezifisch für Hertha BSC. Denn dort gab es ja diesen Sommer erneut einen großen Umbruch im Kader und auch auf der Torwartposition wird es nur noch eine Veränderung geben, die gar nicht so geplant war. Denn Oliver Christen hat das Vertrauen als Nummer 1 bekommen, mit Jörg Ernst und Robert Quasigroch hat man zudem noch zwei große Talente in der Hinterhand, die auch beide geschätzt werden und perspektivisch eine gute Rolle einnehmen sollen. Rüney Jahrstein sollte dann als erfahrene Nummer 2 eine nicht unwichtige Rolle einnehmen, einfach eben als Bindeglied zwischen Nummer 1 Christen und den jungen Talenten. Allerdings hat er sich ja mit dem Torwarttrainer Andreas Menger überworfen. Deswegen gibt es für ihn wohl keine Zukunft mehr bei Hertha. Zur Zeitpunkt meiner Videoaufnahmen ist das ganze Ding noch nicht offiziell, aber es sieht schon sehr stark nach einer Vertragsauflösung aus. Deswegen sucht auch Hertha schon nach einem neuen Keeper, da man natürlich sonst so ein bisschen ins Risiko gehen würde, tatsächlich damit Ernst und Quasigroch als Nummer 2 zu planen. Das ist eben nicht ganz unerheblich, weil auch Christensen zum ersten Mal eben die Nummer 1 in der Bundesliga ist. Deswegen sucht man, es gibt allerdings kaum wirklich finanzielles Budget dafür. Es wird ein erfahrener Torwart gesucht, der damit direkt als Nummer 2 helfen kann. Und dafür gibt es auch fünf spannende Kandidaten. Legen wir los mit Schalkes Aufstiegskeeper, denn der ist auf dem freien Markt und wartet wie im Vorjahr auf das richtige Angebot. Martin Freisel, 29 Jahre alt, aus Österreich, Marktwert liegt bei 600.000 Euro und er ist vereinslos, vertragslos. Und vor allen Dingen kennt er aus seiner Zeit bei Schalke die Rolle des Herausforderers als eben Nummer 2. Er ist jetzt keine klassische Nummer 2, die sich einfach auf die Bank setzt und damit zufrieden ist. Wenn du Freisel holst, dann weißt du, was du bekommst. Denn er will spielen und er wird damit auch ordentlich Druck machen auf Christensen. Ob man das dann genauso haben möchte oder ob man jemanden haben möchte, denn er unterstützt ist sicherlich nochmal eine Frage. Aber Freisel ist ein unglaublich ehrgeiziger und auch selbstbewusster Keeper, der mit seiner Erfahrung aber sicherlich helfen kann. Natürlich ist er von seinen Fähigkeiten jetzt keiner, der in der Bundesliga auf einmal Nummer 1 sein wird. Aber das suchen wir auch gar nicht. Freisel hat starke Reflexe, ist ein mitspielender Torwart und halt auch einfach ablösefrei zu haben. Aber das Gesamtpaket kann passen. Und über den Ex-Berliner Richard Strebinger muss man auch auf jeden Fall in dem Zusammenhang sprechen. Auch er ist 29 Jahre alt, auch er kommt aus Österreich. Marktwert liegt etwas höher als bei Freisel bei 900.000 Euro. Bei der Hertha spielte er nämlich schon mal zwischen der U17 und der zweiten Mannschaft. Aber auch die Bundesliga kennt er aus Bremer Zeiten. Im Winter ist er von Rapid Wien zu Legia Warschau gewechselt. Doch das Kapitel ist nun schon wieder vorbei. Strebinger ist auf dem freien Markt. Zudem ist er 1,94 Meter groß. Er ist dann noch eher der klassische Torhüter. Hat seine Stärken auch ganz klar auf der Linie. Damit auch nochmal ein anderer Torwarttyp als zum Beispiel Martin Freisel. Und auch vom Menschentyp her ist er sicherlich nochmal anders. Denn bei ihm kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass er sich sozusagen ohne Meckern auf die Bank setzen würde. Sprich, dass er für Christensen auch eher der Unterstützer ist. Der, der vielleicht auch jetzt nicht sagt, ich komme hier hin, um ihn wirklich zu verdrängen. Sondern zu Hertha kommt, um ihn zu supporten. Als Nummer 2 wirklich nur dann sozusagen auf dem Feld zu funktionieren, wenn es denn sein muss. Und ich glaube, die Rolle kann er schon wirklich gut einnehmen. Und zudem kennt er auch den Verein natürlich aus anderen Zeiten. Das ist lange her, als er in der U17 war. Aber natürlich nicht unerheblich. Und deswegen auch er auf jeden Fall jemanden, den man wahrscheinlich auch auf der Liste haben wird. Aber nicht nur auf dem freien Markt gibt es andere interessante Möglichkeiten. Denn auch auf den Ersatzbänken von anderen Klubs kann zugeschlagen werden. Und da kommen wir zu Jérône Söth. Söth, 31 Jahre alt, aus der Niederlande. Marktwert beträgt 850.000 Euro. Und sein Vertrag bei Spezia in Italien läuft noch bis 2024. Er ist ehemaliger niederländischer Nationaltorwart, der bei Eindhoven und Utrecht die Nummer 1 war. Bei Spezia nun aber nur noch der Ersatzmann ist. Und deswegen ist ein Abgang auch gut vorstellbar. Söth ist 31 Jahre alt, wie wir gerade schon gehört haben. 1,89 Meter groß. Und er bringt wirklich ein super sportliches Gesamtpaket mit. Er ist stark im Spiel mit dem Ball. Top auf der Linie. Und hat eine sichere Strafraumbeherrschung. Hier kann ich mir eine günstige Laie vorstellen. Was dann auch als Nummer 2 sicherlich interessant wäre. Von seinen Fähigkeiten her. Die er einfach als Torwart hat. Ist er sicherlich ein richtig guter, interessanter Mann. Ja, der Marktwert ist natürlich niedrig. Man sollte aber jetzt auch nicht nur darauf gucken. Denn insgesamt, das Paket kann schon mit ihm sicherlich passen. Zurück zu den freien Keepern, wenn man so will. Bei denen natürlich auch einfach schnellere und günstigere Lösungen möglich sind. Ist ja klar. Und da kommen wir natürlich auch zu Loris Karius. Karius, 29 Jahre alt, aus Deutschland. Marktwert beträgt nur noch 1,5 Millionen Euro. Und auch er ist vertragslos. Karius kennt ja schon Berlin. Hat ja ein Jahr auf Leihbasis bei Union gespielt. Gut, gespielt ist vielleicht das falsche Wort. Denn auch dort war er nur die Nummer 2. Sein Vertrag bei Liverpool lief nun aus. Und er ist auch weiterhin auf der Suche nach einer neuen Herausforderung. Und da ist halt die Frage, was will Karius? Denn ob er sich mit dem Status als klare Nummer 2 zufrieden gibt, das muss man natürlich dann genau sehen und besprechen. Generell ist aber auch klar, er wird und muss finanzielle Abstriche machen, wenn es um neuen Verein geht. Das ist egal, ob er dann zu Hertha wächst oder woanders hin. So viel Geld wie bei Liverpool wird es sicherlich nirgends geben. Karius ist 1,91 Meter groß. Er kennt die Bundesliga auch als Stammkeeper aus Mainzer Zeiten. Präsent im Strafraum, mitspielend und hat auch gute Reflexe. Rein sportlich kann das Sinn ergeben, ob das vom Typ her am Ende passt, müssen andere beurteilen. Ich glaube, da würden andere Kandidaten ein bisschen mehr Sinn machen. Und dazu könnte möglicherweise auch ein ehemaliges Schweizer Tor-Talent gehören. Und das ist Noam Baumann. 26 Jahre alt, aus der Schweiz. Marktwert beträgt 1,3 Millionen. Und auch er ist aktuell ohne Verein. Und Baumann ist ein Keeper, der von der Mentalität super interessant ist. Weil er sich in seiner Karriere von der 4. Liga bis hoch in die 1. peu à peu hoch geackert hat. Und wirklich ein Arbeiter ist. Er wird wirklich dann auch bei Hertha ordentlich mit daran arbeiten, einfach, dass die gesamte Mannschaft Erfolg hat. Denn zuletzt hat er auch bei Lugano Verletzungspech gehabt, war dort auf einem echt guten Weg, ein super Keeper in der Liga zu werden. Und deswegen konnte man sich dann am Ende auch nicht darauf einigen, den Vertrag zu verlängern. Damit ist er ablösefrei zu haben. Und ich glaube, Noam Baumann kann Hertha auch selber als Chance sehen, sich als Nummer 2 zu präsentieren. Und eben auch nach der Verletzung sich in Ruhe wieder aufzubauen. Baumann ist ein wirklich klassischer Keeper. 1,92 Meter groß. Und er ist für mich ein interessanter Name, weil er auch noch relativ jung ist. Also zumindest jetzt im Vergleich zu den anderen vorgeschlagenen Keepern mit Mitte 20 oder jemand, der ein bisschen Potenzial mitbringt und der als Nummer 2 da schon ganz gut reinpassen wird. Kommen wir zum Fazit. Und ich finde, da muss man schon so klar sagen, dass ein Jahrsteinersatz auf jeden Fall Sinn macht. Da es auch einfach günstige und gute Direktlösungen gibt. Für mich ist Gerard Söth sicherlich der beste Keeper, wenn man es rein sportlich betrachtet. Aber er würde sicherlich auch ein bisschen was kosten. Freisel und Strebinger könnten als Nummer 2 auf jeden Fall gut genug sein. Nicht mehr, nicht weniger. Baumann bringt vielleicht sogar Potenzial für ein bisschen mehr mit. Bei Karius hängt halt auch viel davon ab, was er überhaupt will. Und deswegen finde ich, ist das mal sehr interessant, diese 5 Namen durchzuspielen. Ich kann mir auf jeden Fall für den Fakt als Nummer 2 hinter Christensen, Freisel und Strebinger am besten vorstellen. Und jetzt interessiert mich eure Meinung. Welcher meiner 5 Vorschläge passt am besten zu Hertha BSC? Brauchen die Berliner überhaupt einen neuen Torwart? Sollte man das mit Jaschnitz wirklich so durchziehen? Oder setzt man vielleicht lieber auf die eigenen Talente? Schreibt das mal gerne in die Kommentare, sowie auch gerne weitere Videoideen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und bleibt am Ball! Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.